Wer auf natürliche Materialien und nachhaltig produzierte Möbel achtet, wohnt gesünder. Das zeigen aktuelle Studien. Zirbenholz beispielsweise soll für einen erholsamen Schlaf sorgen. Einer, der sich damit auskennt, ist Tischlermeister Günther Bernecker. Zirbenholz hat einfach sehr viele gute Inhaltsstoffe, ätherische Öle und andere Geruchsstoffe, die was einfach den Menschen im Schlaf positiv beeinflussen. Also aber nicht nur im Schlaf. Zirben ist auch sehr gut im Büro- oder Schulklassen zum Beispiel, weil ihm einfach das Zirbenholz da sehr gute Auswirkungen hat, auf die Beruhigung und die Wetterfühligkeit vermindert wird und einfach der Herzschlag reduziert wird und man tiefer und besser schlafen kann. Wie sich das Zirbenholz auf unser Wohlbefinden auswirkt, daran forscht Professor Maximilian Moser. Der Biologe bestätigt die positive Wirkung auf unsere Gesundheit. Er ist zu Gast am Tag der offenen Tür in der Tischlerei Bernecker. Also das, was am spannendsten war und was uns selbst sehr überrascht hat, das war die Tatsache, dass die Herzfrequenz deutlich abgesenkt wurde durch das Zirbenholzbett. Etwa 3500 Herzschläge pro Tag, das ist etwa eine Stunde, die im Zirbenbett eingespart wurden. Der Vagus ist der Nerv, der für Erholung und Regeneration zuständig ist. Und dieser Vagus-Nerv ist bei den heutigen Menschen meistens etwas unterdrückt, weil wir ja durch so viele Reize überflutet werden. Und was wir eben festgestellt haben, ist, dass diese Vagus-Funktion im Zirbenholzbett gestärkt wurde und der Mensch dadurch in der Lage war, besser mit Stress und Belastung umzugehen. Ob Produkte aus Holz oder die Roskastanienmatte, eins haben alle gemeinsam. Sie sollen zu einem erholsamen Schlaf beitragen. Also die Roskastanienmatte ist für uns natürlich ein Aushängeschild, weil wir das seit 25 Jahren ungefähr machen und im Jahr ungefähr 3000 Stück vorwiegend in Österreich verkaufen. Und die Leute einfach wirklich merken, sie schlafen dann besser oder manche Beschwerden dann weg sind. Man fühlt sich wohl im Holz und zurück zur Natur ist ein Leitspruch von Bernecker und das bewährt sich sehr. Die Möbel aus Zirbe und Co. sind echte Unikate. Das Holz kommt aus der Region. Infos gibt es unter www.tischlerei-bernecker.at